Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr gut Sag mal, was machst du denn heute Abend, Boris? Ich hab heute schon was vor Die Geschichte mit deinem Vater war schon merkwürdig Halt die Klappe, ja? Rosario spricht fast nie über seine Verwandten Kinder sind mir lieber, wenn sie erwachsen sind Ja, was weißt du von erwachsenen Kindern? Hast du mir was zu sagen? Ich hab etwas Geld für dich zur Seite gelegt, Diego Nein, ich brauch nichts, Sante Freunde wissen, wie man sich benimmt Und wenn nicht, dann kriegen sie einen Arschstritt, kapiert? Ich weiß, wer du bist Mir werden morgen verschwinden, verstanden? Diego! Was stehst du da rum? Steig ein! Wenn alles gut läuft, hast du ein ruhiges Leben Alles gut Untertitelung des ZDF, 2020